So, bevor es mit dem Video losgeht, wollte ich einmal eine Person grüßen, und zwar Bunny. Jetzt geht das schon mit dem Video los. Viel Spaß! Mama! Ah, bist du wieder von der Schule zurück? Na, wie war's? Super, wir haben in Mathe irgendwas mit Geometrie gemacht, das war so, so toll! Und wir haben mal eine Probe zurückgebracht, da muss noch... Alles wird wieder gut. Hast du den Zettel für das Lernentwicklungsgespräch dabei? Ja, das hat sie mir auch angesteckt. Hier. Gleich morgen? Du hast morgen angekreuzt, also hätte ich jetzt mal gesagt. Gleich nach der Schule. Oh, da muss ich gucken, ob ich das schaffe. Ähm, ja, kann funktionieren. Hast du noch irgendwie einen Zettel, wo draufsteht, was wir mitbringen müssen? Ich glaub nur den Bogen, wo wir ausgefüllt haben. Hm, wo hast du den hin? Äh, ah, den hab ich schon in der Schule abgegeben. Gute Nacht. Gute Nacht, meine Große. Gute Nacht, Wufi. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, bin ich noch müde. Oh, das ist ja das Lernentwicklungsgespräch. Was ziehe ich denn da an? Äh, ich hätte gesagt, ich ziehe das an. Ja, das steht mir. Den Hut, aber den kann ich ja später anziehen. Den muss ich ja jetzt noch nicht anziehen. So, Staubsauger an. Und dann schminke ich mich noch. Solange können die Kinder noch ein bisschen schlafen. Aufstehen. Ah, wie viel Uhr hab ich heute aus? Das hört um eins aus. Ach, heute ist doch das Lernentwicklungsgespräch, oder? Ja. Ja. Wann haben wir das überhaupt? Hm, halb zwei, glaube ich. Hm, okay. Ich bin fertig. Okay, dann können wir jetzt los. Pack noch deinen Schulranzen, was du brauchst. Okay, mach ich. Tschau mal, eine Süße. Tschüss, Mama. Lisa, wann hast du Lernentwicklungsgespräch? Ich hab übermorgen. Oh, ich hab schon heute. Ah, okay. So, Kinder, jetzt alle bitte ruhig. Wir haben jetzt Geometrie. Also, kann mir mal jemand ein Dreieck malen? Ich. Gut. Mach mal. Ups, das wollte ich nicht. Egal. So. Richtig. So. Machen wir mal. So. Kann mir dann jemand einen Kreis vormalen? Das weiß ich. Ich nehme einfach die Form meines Apfels. Dann lege ich ihn hin. So, okay. Das merke ich mir. Gut. Dann kann ich den essen. Paulus, es ist doch nicht Pause. Und dann male ich einen Kreis. Ja. Okay. So, wieder wegputzen. Quadrat. Juliana. Nein, ich kann das nicht. Los. Okay. Ich glaube, ein Quadrat geht so. Gut. Und als letztes, wer will mir noch ein Rechteck vormalen? Darf das ich machen? Mhm. Gut. Und das Wichtigste bei Gott ist Schule aus. Yeah. Ich muss jetzt dann gleich sofort zum Lernentwicklungsgespräch. Oh, okay. Ciao. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Ich bin dir wirklich nochmal dankbar, dass du auf Lili und auf Wofi aufpasst. Alles gut. Alles gut. Äh, noch eine Frage. Was darf Wofi alles essen? Also, er darf alles essen, außer halt die, also er darf Fleisch essen, Hundefutter, Eis nicht. Also alles, was Hunde halt so essen. Ja, und Blumen. Und Blumen mag er. Also, ich muss dann zum Lernentwicklungsgespräch. Tschüss, Mama. Tschüss. Tschüss. Tschüss, meine Süße. Darf ich ein Eis mit Gummibärchen? Ja, klar. Hallo. Hallo. Ich bin so aufgeregt. Wird ihr mich denn abfragen? Ja, nur abfragen, sonst nichts. Okay. Ah, hallo, Sarah. Hallo. Setzt euch bitte. Wir haben herzlich willkommen beim Lern- und Entwicklungsgespräch. Also, ich werde dir jetzt Fragen stellen, was dein Lieblingsfach ist und warum du das und das in den Bogen geschrieben hast. Kommen wir zum zu der ersten Aufgabe. Also, du hast bei Religion geschrieben, sehr interessant. Ich liebe Religion. Also, ähm, du bist, du hast angekreuzt, du bist dir nicht, du kannst das, ähm, okay, warum hast du angekreuzt, du bist dir noch, du bist dir unsicher, wenn es Religionsfragen gibt. Weil, also, ja, zwei Stunden später. Ich habe jetzt zwei Radiergummis. Ich sage dir mal zwei Fächer, du legst ein Bleistift dahin, das Fach, wo du nicht so magst, okay? Okay. Mathe, Deutsch. Warum magst du Mathe nicht so? Weil, wenn wir zum Beispiel mal rechnen, da bin ich mir immer sehr unsicher und wenn, und, ja, wenn ich dann unsicher bin, ja. Okay. gibt es ein Stift. So, okay. Zweites Fach, Religion, Ethik. Religion, Ethik? Äh, Religion, Religion, Werken und Gestalten. Warum hast du es bei Werken und Gestalten hingelegt? Weil, wenn wir zum Beispiel was mit Pfeilen machen oder mit Holz, dann habe ich, dann, ja, komme ich, oder wenn sie zu schnell sind, dann komme ich da halt so schlecht hinterher. Weil ich bin eher eine, ja. Okay, gut, Sarah. Also, das war's auch schon. Wir sehen uns dann morgen in der Schule wieder. Mhm. Und, ja, dann würde ich sagen, Tschüss. 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 Guck, war doch gar nicht so schlimm. Ja, der hat mir so viele Fragen gestellt. Deshalb dein Lehrer. Hol den Stock. Schau. Fiff, 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 fiff. Super, Wuffi. Hier wisst du auch was? Was ist das? Nein, keine Ahnung. Also, es ist auf jeden Fall Nuss und, äh, Blaubeeren. Mh, lecker. Du solltest ein Restaurant aufmachen. Ich arbeite in einem Restaurant. Also, ja, so ähnlich. Mama! Hallo, Wuffi. Na, wie hat's geklappt? Super, die haben gespielt. Wir haben Sandburg gebaut. Wie seid ihr rübergekommen? Mit so ein paar Tricks. Wuffi hatte auch Spaß. Seid ihr nicht verhungert? Es gab genügend Eis, genügend Früchte. Ja, ich habe Blaubeeren mit Nuss gegessen. Toll. Es wird langsam schon spät. Ich glaube, wir sollten nach Hause. Wenn du mal wieder Hilfe brauchst, ich bin da. Okay, tschüss. Halt nicht, Wuffi. Ich glaube, den Stock sollten wir kaufen. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.